Was für ein Monster jagt ihr denn? Nur Vampirbrut? Das ist doch kein echter Vampir. Ja, sie können sich... Da, interessant. Astarion, was meint ihr? Sie können sich bestimmt gut anschleichen. Wir haben alle so weit übergebekommen. Lass uns auf das fokussieren. Es wäre trotzdem wunderschön, in der Nacht die Gäste zu stellen. Excellent.